so fortsetzung der map 20 von eternal doom auch wenn mich diese map echt hasst alter ist die map bescheuert aber gott scheiße auch so eine map die in original also in original doom 2 ja auch glaube nicht mein freund war so wie gesagt muss es ist das problem ist gehen wir noch mal zum anfang der map das ist da hinkommen Ah, schau mal her an. Na gut, bringt jetzt gerade sowieso nichts. Vorbei doch. Machen wir einfach mal. Oh ja. 11 Secrets. Oh mein Gott. Oh, ist das? Egal noch. Sehr schön. Hat sich das auch gelohnt. Ne, lass ich mal. Oder? 45 Verschwendung. Ne, lass ich. So, wir kommen ja gar nicht zurück. Oh wow, okay. Wir können also gar nicht am Anfang her. Super. Gut, das heißt, wie es die blaue Tür doch irgendwo finden, wo wir sie finden können. Momentchen mal. Momentchen mal. Momentchen mal. Spinne? Ja. Spinne? Oder gibt es da noch einen kleinen Sonderweg im Sonderweg? Ja, da. Ähm. Hä? Und dieses Ding klingt jetzt genau was? Hä? Das macht ja mal so gar keinen Sinn. Lass mich ja eh wieder hier unten mit. Das war ja mal, äh, klar. Ah, super. Okay. So, also hier muss irgendwo was blaues sein. Hier ist nur gelb. Hier ist nur gar nichts. Das ist sehr großartig. Ach, das ist so gut richtig. Das ist schon wieder. So, blau. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Okay. So, links von mir ist noch irgendwas. Die Frage ist, komm ich da hin? Und ja, wie? Äh, schon mal nicht. Er ist ja schon wieder hier. Das gibt's doch gar nicht. Ah, da noch ein Drittel, der gegen nach vorne ist. Und dann nimmst du eine, was eingeseichnet ist dann. Oh my... So, da ist noch ein Gang. Achso, ja, ist das mit dem Gelb. Ah... Irgendwas, was ich... ...übersehen habe... Also, boah, hör auf, vielleicht ist hier ein Zeitschalter. Das heißt, die, das heißt, die Kawasama... ...is hält nicht für die Ewigkeit. Okay, jetzt mal Hand aufs Herz. Äh... Wir müssen da rein... ...wahl, dass du jetzt kommen willst... ...da raus springen. Dazu müssen wir da reinkommen. Och lecker! Wow! Ja, das war gerade eine dumme Idee... ...mit der doppelläufigen, äh... ...ja... 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 ...th什麼... ...ciaál... ...ja... ...ja... ...HA... ... ...ح .. ...s containment... ...wann es denn auch einer oder was? Ja Ah super Ok, dann hätte ich uns wirklich nach vorne durch können Sehr schön Hallo Hä, war das da K2 oder was Hat er doch K62 Oder war das K82 Na gut Ok Ne Kommen wir auch nicht weiter Vor allem von hier reinspringen Ich weiß nicht ob es funktioniert Ah ok, doch, es könnte funktionieren Mit 12-Warning und Antum und Run Jetzt fahre ich noch ein bisschen zu gerade Jetzt fahre ich noch zu gerade Nur wenn ich noch weiter nach links gehe Dann schaute ich hier gegen die Ecke Also ich muss da auf jeden Fall hin Die Frage ist wie Wir kommen Ich würde dich besser schmeißen Ja eben Die Krater springt da nicht Ah gut, ich gehe mal so Krater Versuch mal so zu werfen Ich gehe mal so So Also ich weiß jetzt auf jeden Fall Dass ich da rein muss Was ich ja ohne Ich weiß jetzt wie ich da rein komme Das ist mir jetzt immer noch So ein kleines bisschen Und ein Rätsel Das ist mir jetzt genau gleich wieder Ich sage es ja mal nicht Die Ecke springen geht auch nicht Ach Leute, ich muss mal sehen Ich muss noch mal sehen Ich muss noch mal sehen Was ist das bei der dritte? Außer, dass du jetzt mal wieder nicht fragt, über die Ecke da zu springen. Es kommt noch gar nicht raus mehr. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist schön. Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob ich da hinten zu ist. Das ist ja gut jetzt. So, kann ich da vielleicht wieder für raus? Selbst hier so der scheiß kleinen Kante. Ah, jetzt ist er wieder hier. Ah. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das war's für heute. 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 Ja. Was ist das? 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 Was ist das?